Musik Zu einem zünftigen Münchenbesuch gehört unbedingt eine Floßfahrt auf der Isar. Dieses feuchtfröhliche Freizeitvergnügen rührt von den Transporten her, die früher per Floß hier stattgefunden haben. Waren aller Art wurden so von Mittenwald oder Bad Tölz in die Bayern-Metropole gebracht. Heute werden nur noch Touristen aller Art befördert und erleben eine Kunstgaudi, auf gut Deutsch einen Spaß, der sich gewaschen hat. Musik 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 Musik